ja meine ninja tunnels was geht wir machen weiter mit episode 3 mutanten auf dem brug ich habe meine option umgestellt das sind nach hinten automatisch angreift und jetzt gehen wir mal sehen was der stadt tut Oha! Achtung! Ja, Achtung! Ja, ich glaub da werden die Oha! So! Wihuu! Viech hat die Mölle nicht trifft. Eingetroffen Bam Bam Oh So Oop Scooby Uuu Wow Wow Da Oh Ah Ha Oh 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 Was haben wir da eigentlich für Dinger? Skateboards? Nein, das ist keine Skateboards Klar sind das Skateboards Skateboards haben Räder Äh, siehst du die Räder da unten nicht die kleinen roten Dinger? Oh Oh Tah Ja BE- Man Ja Hey Ja 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 Upgrade Ja Pisa Oha So was gibt es nicht im eigentlichen Video Oh nüch Du 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 Mist! Ist aber sehr knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Nein! Nein, das hat mir nicht getroffen. Okay, wir müssen bekämpfen. Aua, Energieleiste. Na top. Ja. Nein! Was? Was muss ich machen? Kann ich was machen? Kann ich was machen? Ja. Da. Was ist denn? Da. Oh. Die sind beide gestörpselt. Oh mein Gott. Die Gegenhypnis ist keine gute Idee. Also einfach v-proxen. Und versuchen, es zu überleben. Hahaha. Was ist denn? Ah, ich habe nichts gedacht. Ganz ließe sein. Oh je. Oh je. Oh je. So. Ah. Tschüss mit Lustig. Ah, ein Reifen. Ah, ein Reifen. Bis zum nächsten mal. So. Dann dürfen wir zum nächsten Level Episode 4 Schlägerei im Zoo. Rumble in the Zoo! Im Central Park Zoo. Hinterher! Ah, good shit. Na, wir haben wieder 3 Läden, Gott sei Dank. Die gelten jetzt immer pro Level. Oh, fuckel. Oh. Oh. Redder-Start-Ton. Oh, sind schon die grad hauen. Da war da noch irgendwas mit Treifen. Nermals drücken, irgendwas. Warte mal, ich guck mal, warte mal. Warte mal, ich guck mal, warte mal. Äh, Atec-Riff-Lösung. Atec-Riff-Lösung, Nermals. Da. Gut halt. Okay. Gucken wir doch mal. Weiß ja noch gar nicht mit was ich greif, du bist aber nicht. Okay. Ah! Was? Ich werd grad, äh, gefesselt. Ach, diese Griff-Lösung. Dann so einfach nur gedrückt halten. Ja, jetzt versteh ich. Also weiß ich Bescheid, wenn ich einer fesselt hält, hältst du einfach nur drauf. Was war das für meine? Ah, ja. Ja. Wohl diese Griff-Lösung wahrscheinlich besser, wenn man klippt, oder? Weil dann sowieso die ganze Zeit da Brücken ist. Okay. Sollte kaputt. Sollte kaputt. Blup. Hey, mein Freund. Ich bin halt noch gefunden. ganz gut zu finden. Wir spülen viele Weavs auf, muss man treffen, um solche Dings aufzufüllen. Ah, oh, was für ein Ding? Ja, die sind super. Oha! Wo kommen denn die Löcher da und dauernd her? Dich! Dich! Watsch! Waaaii! Na ja, zockt euch mal super. Daher kommt jetzt wieder in der Luft. Ich bin zu lang. Oha! Ja, ich oder was? Ja. Oha! Krass! Jooo! Weg! Naaah, so viel zu weg. Warte mal nicht. Warte mal nicht. Warte! Warte mal nicht. 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 Ich weiß, mit was du dich jetzt wieder überleben soll. Was musst du denn da drücken? Ich glaube, LB! Ah, jetzt bin ich auch tot. Ah, das ist ja so. Ich hab das nicht mehr Spiegel. Ich hab das nicht mehr Spiegel. Ich hab das nicht mehr Spiegel. Ja, die hilft mir Spiegel. Er hat zwei Spiegel. Ich hab das nicht mehr Spiegel. Aua! Blöde Affe. Was haben wir geworfen? Ach, jete Smiley! Das war's. You're gonna get the horns, partner. Partner, ja. Ah, ja. Fuddelt sich halt fein, ich glaub's nicht. Alter, was ist mit dir? Alter, was ist mit dir? Alter! Verklebt mich was aus dem Boot raus. Ich bin gewohnt. Was? Halt! Ey! Oh, ist hier oben, dass die oben da nicht mehr geht. Ey, 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 ey! Gibt's doch nicht! Nicht doch! Nein! Wo bist du? I'm down! I'm down! I'm down! Tempft lieber! Letzte Leben! Ja! Nein! Nein! Alter! Jetzt müssen wir auch noch... Ey, ernsthaft, warum bin ich schon wieder down? Nein! Vergiss das Kämpfe! Ich bin reingetragen. Game over! Ich bin reingetragen! Ich bin reingetragen! Ich bin reingetragen! Und das auch leicht! Komm, wir hatten erstmal viel! Mach erstmal den Berg! Los, mach ihn da! So, die letzte noch! Nein! Geh hinter ihn! Los! Hinter ihn! Jetzt! Hüpfe! Ah! Du musst warten, bis er irgendwo stehen bleibt! Ja! Oder auch nicht! Nein! Jetzt! Langsam! Ja! Hauen! Hauen! Guck mal, meine HP an! Einen Schuss und ich werde tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, du hättest beitreten können! Nee! Erdrückst du mal? Was? Keine Ahnung! Warum kommt da nichts? Wir haben noch gewonnen! Wir haben noch gewonnen! Toll! Es hängt! Es geht einfach nicht weiter! Super! Ganz toll! Hä? Hä? Das ist natürlich böse! Dann muss ich wahrscheinlich das Level nochmal neu machen! Oh! Wir haben doch gewonnen! Das kann doch nicht wahr sein! Na ja! Mach ich mal hier! Cut rein! So! So! Ich hab jetzt mal das Spiel neu gestartet! Ich hab mich noch mal bis hierhin durchgekämpft! Ich hoffe, dass der Abspann auch dann kommt! Ey! Was ist... Ja genau! Ich bin geblendet! So! Ich geh in den Untergrund! Oh! 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 Jetzt funktioniert es aber... Wo ich gewonnen habe, ne? Oh! 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 Gut, hat funktioniert. Alles klar, dann kommen wir hier hin, Plugtein, alle drei Dinge gesammelt, geschlossen, eingesammelt. Und jetzt? Okay, dann schaue ich rüber. Yes, I can't please find you or was, weiß ich nicht was. So, das nächste wäre Episode 5, König der Abwasser. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, hm, da haben wir ja noch eins drin. Gut, ich mach schon mal alleine so weit weiter, bis du dein Eis gegessen hast. Kanalisation von New York. Halt mal deine Mütterne schön bei dir. Yes, geheimnis Tagebuch gefunden. Weiteren LP-Punkterhalten. Stufen-Stufen-Anstieg. Stufen-Stufen-Anstieg. Ah, ja. Stufen-Stufen-Anstieg. Zack, ja, jetzt. Meret. Was fehlen jetzt noch? Ja, ja, ja. Pinken. Zwei Tagebücher? Ja. Zack. Nächster. Oh, leichten Zug. Ja, das ist nicht wahr. Sollte ich mich besser nicht auf den Schienen. Du kannst einmal aufhelfen. Glaube ich. Bitter! Ja. Kannst du noch gut in der Nähe. Vielleicht waren wir die ja zerstört. Boah. Alter. Nein! Die sind hier. Zack. Wird gesprungen. Ist das da? Zack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oha Alter Das reicht mir hier Weder für irgendwelche Sachen zu sammeln Ich straffte ihn da unten, ne? Das ist passend Hier ist unsere Chance Hier ist unsere Chance Hier ist unsere Chance Hier ist unsere Chance Hallo, die haben mich gebissen Hey Uncooler Typ Okay Hey Ich will wirklich nicht Nein Nein, 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 nein Ah, die habe ich mich aber aufgehst Machen, ne? Oh, die haben mich aber weggeschlüdetet Ey Ey, wo kommt denn die schon wieder her? Ich hab's drauf, ich hab's drauf, ich hab's drauf, hau nicht Tschüss 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 So Und damit haben wir das Video auch erstmal abgeschlossen Und dann geht's im nächsten Video weiter Bis dahin Auf Wiedersehen Bye Bye